Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Groovecraft-Server. Ja, wir haben das letzte Mal gleich hier fertig gemacht. Und zwar hier den Keller. Und heute wollen wir... Ja, heute farmen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen. Wir brauchen Levels und wir brauchen... Ja, schauen wir mal. Ein paar Blöcke wären noch toll. Und der Hund fällt fast runter. Ja, wir gehen jetzt mal kurz hier rüber. Oh, schaffen wir das? Äh, gut. So, hier machen wir ein paar der Bäume hin, wo wir letztes Mal gesammelt haben. Oder vorletztes Mal, weiß ich jetzt nicht genau. Der Baum, der ist nicht so schön. Den machen wir weg. Gut. Und jetzt gehen wir hier runter. Hm, diesen Baum können wir auch wegmachen. Hm, das sind zwei Bäume, okay. Hm. So, weg da. Ja. Wollen wir den großen Baum wegmachen? Nee, noch nicht jetzt. Hier hätten wir an der Sit. Oder wie das heisst. Ja, wir wissen es nicht. Es ist kein, ähm, Weiler drin. Das ist auch gut so. Hm. Hallo, Blätter. Gut, mal weg. Nun gut, also gehen wir. Slash Home, ähm, Farm. So. Genau. Ja. Also dann, ähm, ja denke ich mal. Werden wir an der Sit suchen. Oder wie das heisst. Diorit. Hm. Und, äh, äh, etwas zum Leveln. Wäre auch nicht schlecht. Also Fliegenpilze brauche ich nicht. Da drüben. Nö, das ist Normalstein. Das ist doch Diorit, oder? Dann ist das andere anders. Oder, ähm, Gott, oh Gott, diese Namen. Da ist zum Beispiel mal. Nehmen wir ein bisschen von dem. Und diese Stelle. So. Und zwar nach oben. Ja toll. Undesit. Undesit, ja. Undesit. 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 Okay. So. Wir machen mal mit der Eisenspitzhocke. Sonst müssen wir wieder drei Diamanten opfern. Sodele. Ein bisschen Kohle könnten wir noch mal abbauen. Aber mit dem Diamant, mit der Diamantspitzhocke. So. Ähm, ja. Gehen wir mal ein schönes Plätzchen suchen. Ich glaube wir haben ein Ding neuen Waypoint gesammelt, also einen Homepunkt gemacht. Da können wir nachher später besser farmen. Sonst ist er irgendwo alt. Ähm, beim Alten noch. Hm. Ja. Wir brauchen unbedingt als nächstes mehr Levels. Vielleicht mache ich ja einen Mobfall irgendwo. Aber das machen wir am besten, wenn wir mal den, die Farmwelt resetten. Da ist leider heute Floss da wieder ein bisschen, ähm, ja beschäftigt heute. Konnte er nicht die Welt resetten. Ich hoffe er macht's morgen dann frühmorgens. Hm. Ja, hier ist, ähm, Extremely Hills. Und hier haben wir ja dann Zumpf. Aber leider ist es nicht Nacht. Aber es wird bald Nacht. Sehr gut. Ja, was könnten wir hier machen? Ähm. Ja. Es gibt... Ah, da drüben hat es. Sehr gut. So. Nein, das jetzt. Und Hase bitte nicht dazwischen funken. Haha. So. Oh, recht viel. Das ist gut. Sehr schön. So. Ja. Ja. Heute war es wieder lustig auf dem Ser. Wir haben immer wieder so Phasen, wo wir ein bisschen, wie soll man sagen, halt mal unsere Humore-Seite rausbringen. Heute war es so mit dem AFK-Stein, weil Floster manchmal einfach AFK herum steht auf seinem Kamin. Haben wir jetzt einen AFK-Stein gemacht, wo jeder, der AFK ist, dort drauf sein kann. Und ja, wir haben ihn mit Schildern bestückt. Und so weiter. Und nebenbei noch ein bisschen die Gegend schöner gemacht. Und meinen Turm habe ich noch fertig gebaut. Ja. War amüsant. Sehr amüsant. So. Wir brauchen auch von den Fichten, können wir gleich hier noch ein bisschen sammeln. Birkenwald, Dunkeleichenwald und Tintenfische. Sehr schön. Das könnten wir gebrauchen, aber leider nicht hier, sondern im Mod. Mod Pick. So. Da heißt es, wie heißt es? Irgendwas mit F. From. So. Von diesen Blumen, ich weiß nicht. Die sehen so schön aus, aber ich habe nie einen Verwendungszweck für die Blumen. zum Lagern. Zum Lagern. Okay, für blaue Wolle. Für blaues Lehm könnten wir es gut gebrauchen. Ja. Hm. Hm. Also, wo kommen die Tintenfische? Also, so ein Creeper ist schon hier. Eine Spinge. So. Zombie lieber nicht. Sonst kommen ganz viele Zombies plötzlich. Hm. Dann. Noch ein Creeper. Nein. Danke. Verschwindet aus meinen Augen. Überall Creeper. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Schleim. Das ist sehr gut. Einen großen Schleim für den Drago. Ich würde dem ja sagen Nasenböck, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht. Nasenböck ist ein Schnutter. Eine Nasenklebrigkeit. Auf Schweizerdeutsch. Ja. Auf Schweizerdeutsch. So, wie viel haben wir? 13. Wow. Das hilft schon viel weiter. So. Gehen wir mal nach hinten hier. Das ist ein grosser Dschungel. Der geht noch weiter. Sehr gut. Was ist für ein Stand? Okay. Ich denke Vollmond ist die Schleimnacht. Hätten lieber Leermond gemacht. Okay. Ist wahrscheinlich auch Leermond. Dann hätten sie ein Mop ein Ding, das irgendwie Werwolf ähnlich ist. Oder Vampir ähnlich. Und ja. Das wäre doch toll. Ja toll. Ich kann nicht mal rennen. Ja genau dazwischen. Hier haben wir Kühe. Wir haben hier ein Feuerschwert. Können wir ein paar Steaks wiederholen. So. Der Xenon ist noch drin. Der baut am Bahnhof. Ja und unsere Mittelalterstadt haben wir zur allgemeinen Stadt gemacht. Und dann haben wir noch die andere Zone mit dem Antike auch zur Mittelalterzone gemacht. Weil das am besten passt. Und dann machen wir noch mehr Zonen. Aber. Ja. Momentan ist es halt auch so, dass es noch nicht viel gebaut wird. Nur ab und zu. Wenn gerade jemand Bock hat. Und. Ja. Ja. Deshalb müssen wir jetzt noch nicht weiter ausbauen. Vielleicht kommen dann noch mehr Leute. Ein bisschen erwachsenere Leute waren auch schön. Mit der Xenon. Denk ich mal auch einer ist. Ich kenn ihn nicht. So. Du. Ich brauch ne Perle. Gibst du mir Pitschen? Perlen? Lustig. Lustig. Tralalalala. Wo ist er denn? Sag doch schon wo bist du denn? Ja wir sollten kein Feuerschwert haben. Wenn wir auf die Jagd gehen. Hm. So. Haben wir hier irgendwo noch Slimes? Ja. Ein Krippram. Da ist ein Slam. Ja. Auf der Schleimjagd mit Drago. Und auf Hexen. Ja. Dreifach Hexen. Ja. Genau. Und das greife ich jetzt an. Und dann sterbe ich wegen dem Gift. Nein danke. Ja. Ja. Boah. Boah. Die kleinen kann ich so töten. So. Nie die Schleime mit dem Ding angreifen. Mit dem Schwert. Am besten. 35. Okay. Sehr schön. Aber jetzt abhauen von den Hexen. Alleinige werde ich natürlich angreifen. Aber zu dritt, die werden mich nur noch mit Gifttränken abschießen. Das ist nicht so gut. So. Abhauen. Noch mehr Slime. So, die, das noch eine. Wo ist der Große? Okay, es war gar keine. Da wäre noch eine gewesen, aber das ist nur eine. So. Also gut, ähm, haben wir denn hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Ja, okay, verlassen wir den Sumpf. Holen uns noch ein paar Tintenbeutel. So, komm. Ja, du brennst nicht. Ja, seltsam, wenn du brennen würdest. Auch außerhalb des Wassers. Ach, komm schon. Hm, hm. Lehm brauchen wir jetzt noch nicht. Könnten wir eigentlich machen. Aber, hm, ja, okay. Ah ja, es gibt Lehmblöcke. Können wir Lehmblöcke wieder zu Ding machen? Hä? Wieso haben wir nur zwei? Hallo? Ah, da. Wie können wir... Okay, das können wir brennen, oder? Ton müssen wir sowieso brennen. Ja, das ist noch praktisch. So. Das ist Gravel. Das brauchen wir nicht. Da ist ein Creeper. Das ist auch Gravel, aber auch Lehm. Sehr schön. Ich glaube, das sind die, die wir brennen müssen. Ja. Muss es sein. Es gibt nicht nur einen anderen Ton. Das ist Ton und das andere ist Lehm. Okay. Sehr schön. Viel Lehm. Das lassen wir. So, 51. Das ist genug. Ah. Ach, komm schon. Was ist jetzt los? Jetzt. Gut. Dann wird es schon bald wieder Tag. Ja. Sehr schön. Aber nicht zum Creeper. Nicht zu den zwei. Also ein Zombie. So, noch ein bisschen nach Norden. Oh Gott. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. So was, ey. Nicht noch ein Creeper. Nein. So, Delle. Dann haben wir das. Geschafft. Ein Creeper abhauen. Hier ist irgendwo Lava. Hier ist der Creeper. Weg mit dem Creeper. So. Hm. Ganz viel Wald. Zu viel Wald. Hm. Nochmals eine Schlucht. Was ist denn hier los? Puh. Gibt es noch ein anderes Biom, bitte? Eine Ebene. Oh. Wow. Also diese Welt, die war nix. Ein Sumpf scheinbar noch. Wegen den Lianen. Also wegen dem Ranken. So. Jetzt dachte ich schon. Hm. Hm. Ja. Ist das auch eine Schlucht? Haha. Eine ganz winzige. Da fängt sie an. Also da geht sie weiter. Okay. So eine hatte ich noch nie gefunden. Vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, verpackt. Steaks. Steaks. Gebt mir Steaks. So. Gibt es hier ein Dorf oder so? Ein Pferd. Wir haben keinen Sattel bei uns. Sattel können wir auch nicht herstellen. Das ist schade. So. 18. Dann können wir noch 64 machen, weil wir so viele Kühe hier haben. Ah, haben wir ja Fahrradsticks. Hm. Büffelsticks. Schon fast. Ah, ich liebe Büffelsticks. Oder Biesenstick. Ah. Ist richtig. Amerikanisch Cowboy-Eisen. Ja, gebt mir ein paar. Pff. Wie soll ich mir noch schlachten? Das ist die Kuhweite, Kuhweite, Kuhweite. Und das Cowboy-Lied. Oder Cowboy. Ich mag Cowboy besser. So richtig. Tutsch. Bireilisch Englisch. Oh, ein bisschen Bireilisch Englisch. So. Nein, wir erkunden jetzt ein bisschen. Die Gegend. Aha. Nochmals Wasser. Ich hasse Wasser. Weil ich momentan sehr oft ins Schwimmbad gehe, um ein bisschen im Wasser, also schwimmen, ein bisschen trainieren, zu trainieren, hasse ich langsam recht Wasser. Und Minecraft sowieso, weil ich so langsam vorwärts komme. Im Wasser. Noch eine Kuh. Ich kann die Wiese nicht mehr anschauen, wegen den vielen Kühen. Schlimm. Dafür wirst du sterben. Ohne Grund. So. Wir haben hier viel Sand, aber naja, brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Ah, schön. Es geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist es auch nur eine Insel. Aber das ist mal schön. Das ist sehr schön. So, heute Abend nehme ich noch recht viel auf, andere Projekte und so, weil ich am Morgen und am Nachmittag nicht so viel Zeit habe. Und ich muss jetzt schreiben, aber ich kann nicht, weil ich schwimme, weil ich natürlich zu spät bin. so. Was haben wir hier drüben? Ein Hasi. Der O ist der Hase. Der ist ein bisschen verschwertet. Gut. Ich kähl dich. Ich kähl, das klingt. Nein. Dankeschön. Gleich. Ähm, hier drüben hätten wir noch etwas. Hä? Seht ihr die Linie auch? Da ist auch eine Linie da. Hm. Nun gut, gehen wir nachher drüben. Hm. Komm schon. Schwimm ein bisschen schneller. Trager. Ja. Ja. Bis wir da angekommen sind. Okay, es geht nicht mehr lange. So. Ja, mach. Ja, du schaffst es. Komm, wir schaffen es. Zusammen schaffen wir es. Good luck. Nun gut. Okay. Weil hier ja sowieso nichts ist, müssen wir hier auch kein Waypoint hin tun. naja. Slash home LP. Dann lagen wir unsere Sachen mal. Die Sachen hier hin. So. Dann hier Lehm, Sand, anders sieht. Ja, der Sand müssen wir nicht hier hin tun. Das Sand kommt hier hin, ja. Nun gut, machen wir hier noch ein bisschen. Stein weg. Das hinein. So. Hier kommt, Lüchtschleim. Das kommt hier hin. Das. Tintenbeutel. Hier kommt das hinein. Ah, das sei nicht. Leiter. Hm. Leiter. So. Das hinein. Ja, das auch. So. Gut. Die Steine kommen rund ins Lager. Ja. So. Den Stein hier nach oben, den auch. Gut. Also. Ja. Part ist leider wieder vorüber. Super. Ähm. Aber ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und. Ja. Dankeschön für's Schauen. Tschüss.